Es war toll. Es war eiskalt, aber es war unglaublich toll. Das tat mal richtig, richtig gut. Ich habe mir nur irgendwie anscheinend die steinigste Stelle überhaupt ausgesucht zum Reinhüpfen. Aber egal. Ich bin das erste Mal seit vier Jahren wieder schön gewesen. Ist das nicht schön? Nun gut, ich werde mich jetzt abtrocknen, nach Hause fahren, die Videos einspeisen im Internet, damit ihr, meine lieben Mädels, das alle sehen könnt. Bis dann. Tschüss.